Ich verkaufe mich unter Wert. Das ist ein Satz, den ich von ganz, ganz vielen meiner Kundinnen und Kunden höre. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum so viele Menschen sich unter Wert verkaufen und was du dagegen tun kannst, dass du dich eben nicht unter Wert verkaufst, sondern dass du deinen Wert wirklich erkennst und zum Ausdruck bringst. Du bist beim Podcast das Wie beim Sprechen und ich bin Sabrina Adams. Ich verkaufe mich unter Wert. Das hat verschiedene Auswirkungen. Zum einen kann das dazu führen, dass du Preise nimmst für deine Angebote, die nicht angemessen sind. Also, dass du eher zu niedrige Preise nimmst. Es kann auch sein, dass du nicht so souverän auftrittst oder dass du in deinem ganzen Auftreten deinen Wert nicht zeigst. Dass du dich da so ein bisschen kleiner machst und vielleicht zurückhaltender machst. Genauso gut kann es sein, dass deine Stimme und dein Sprechen eben nicht deinen Wert und deine Kompetenz zum Ausdruck bringen. Also, dass du vielleicht so ein bisschen weniger kompetent wirkst, als du bist. Die Frage ist zuallererst für mich, warum ist das so? Warum geht es so vielen Menschen so, dass sie sich unter Wert verkaufen? Der häufigste Grund ist tatsächlich, dass du deinen Wert nicht kennst. Dass du selber gar nicht so wirklich weißt, wer bist du denn in deinem Wesenskern. Und dass du nicht nur nicht weißt, wer du wirklich bist, sondern dass du dann das auch nicht als wertvoll erachtest. Also, dass du selber gar nicht so die Selbstwertschätzung hast für dich als Mensch, als das, was dich ausmacht. Ein zweiter Grund ist der Gedanke oder die Angst davor, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Und das kann dazu führen, dass du immer wieder daran zweifelst oder denkst, oje, bin ich eigentlich vielleicht auch kompetent genug? Kann ich das wirklich schon anbieten, was ich hier anbiete? Oder brauche ich nicht vielleicht noch eine Weiterbildung? Brauche ich nicht vielleicht noch ein Studium? Muss ich nicht noch dieses oder jenes machen? Oder noch das Buch lesen und das Buch lesen? Dass du praktisch versuchst, im Außen noch ganz viel zu machen, um dich gut genug zu fühlen. Um dich kompetent genug zu fühlen. Um wirklich davon auszugehen, ja, ich kann das so anbieten. Ja, und ich kann auch den und den Preis nehmen. Das heißt, diese Suche im Außen, dieses sich nicht kompetent genug fühlen, kann ganz oft auch damit zusammenhängen, dass du eben dich als Mensch, als Person nicht wertvoll genug fühlst. Dass du da denkst, ich genüge nicht. Und dann im Außen versuchst, noch ganz viel immer an Kompetenz dir anzueignen, obwohl du schon längst die Kompetenz hast, für das, was du machen möchtest. Also es gibt verschiedene Gründe, doch für mich sind das tatsächlich so die zentralen Gründe, warum sich Menschen oder warum wir uns unter Wert verkaufen. Und das Wichtigste, damit du wirklich deinen Wert dann auch zum Ausdruck bringst und dass du dich eben nicht mehr unter Wert verkaufst, sondern genau so, wie es deinem Wert angemessen ist, ist es im allerersten Schritt essentiell, dass du wirklich erst mal erkennst, wer bin ich denn? Wirklich zu gucken, wer bin ich im Kern? Was ist so mein Wesen? Und da setzt ja auch der Wert von uns Menschen an, der Wert von uns Menschen definiert sich nicht übers Außen, der definiert sich wirklich über dieses Innen, über unseren ureigenen Kern, über den Wert unseres Wesenskerns. Und damit du diesen Wert eben erkennst, musst du im ersten Schritt erst mal wissen, wer bin ich denn? Wie würde ich mich denn beschreiben? Wer ist denn dieser eigene Kern? Was ist denn das, was mich einzigartig macht und was diesen Wert in mir ausmacht? Wenn du das für dich erkannt hast, dann ist es essentiell im zweiten Schritt, das wirklich auch zu schätzen, dass du all das, was dich ausmacht, in deinem Wesen, in deinem Kern auch wirklich schätzt, dass du diesen eigenen Wert für dich tatsächlich erkennst. Und für mich geht es über das Erkennen hinaus. Für mich ist es ein Fühlen, ein wirklich Erleben. Wenn du dir nur sagst im Kopf, okay, ich bin einfühlsam, ich bin ein Beobachter, ich höre gerne zu, ich bin introvertiert, was auch immer du herausgefunden hast, wie du bist und wie du dich beschreiben würdest. Wenn wenn du all das für dich erkannt hast und dir dann sagst, so von deinem Kopf, das ist gut, das ist großartig, wie ich bin, das, was ich jetzt herausgefunden habe. Doch im Inneren das nicht fühlst und empfindest, dann bringt dir das nichts. Das heißt, diese Selbstwertschätzung bedeutet, dass du das auch wirklich voll und ganz so empfindest, dass du es selbst erlebst. Und dieses Selbsterleben kannst du, indem du mal ganz aufmerksam hinfühlst, was passiert in dir, wenn du dich selbst beschreibst. Mal weg von allen Beurteilungen, Bewertungen im Außen, was könnten andere denken, was könnten andere sagen. Du bleibst bei dir und sagst dir, ich bin wahnsinnig emotional oder ich bin, ich beobachte unglaublich gerne. Und dann guckst du mal, wie fühlt sich das wirklich für dich im tiefen Inneren an, wenn du das über dich selber sagst. und ich bin jedes Mal wieder erstaunt darüber, wenn ich das mit Kundinnen und Kunden mache, dass in dem Moment so ein Funkeln in den Augen kommt und in dem Moment so ein Schmunzeln da ist und die Mimik sich ganz stark verändert in so einem Strahlen. Es ist oft noch ein unterdrücktes, denn es fällt uns schwer, das so zu sagen, zu fühlen, dieses Gefühl der, ich finde es wirklich großartig, wie ich bin, zuzulassen, weil wir dann wiederum denken, also das kann ich doch jetzt hier nicht, das kann ich doch jetzt hier nicht denken und fühlen, dass ich mich so großartig finde, das ist ja ganz schön arrogant und eingebildet und überheblich. Nein, es ist nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Selbstwertschätzung für uns wieder zulassen und fühlen und spüren und erleben. Also lass all das da. Das hat nichts mit überheblich zu tun oder arrogant, weil du dich in dem Moment nicht über irgendeinen Menschen drüber stellst oder sagst, ich bin besser als jemand anderes. Du bist gerade nur bei dir. Also schau mal, was das in dir auslöst und lass das zu, lass das zu und diese Gedanken wie, das kann ich doch jetzt nicht sagen und nee, eigentlich ist das ja gar nicht so toll, die in dem Moment aufkommen, lass die vorbeiziehen wie in Wolken. Also werd die nicht los, unterdrück sie nicht, lass sie vorbeiziehen. Die dürfen da sein, aufkommen, nur die nehmen in dem Moment nicht deinen vollen Fokus und deine Wahrnehmung ein. Also komm in dieses Gefühl, der, ich finde das toll, ja stimmt, so bin ich, in dieses Strahlen und nimm das wirklich wahr, erlebe das. Denn wenn du deinen Werte wirklich erlebst und fühlst, nur dann kann er für andere sichtbar werden und nur dann kannst du dich mit deinem Wert verkaufen. Der zweite Punkt ist, dass du dir deiner selbst bewusst bist. Also, dass du ein hohes Selbstbewusstsein für dich entwickelst. Und zwar genau mit diesen beiden Aspekten. Ich bin mir meiner Selbstbewusst, also dass du wirklich weißt, wer bin ich denn? Wie fühle ich denn? Wie denke ich denn? Was macht mich aus? Und jetzt gehen wir weiter, einen Schritt weiter, wenn wir an die Avocado denken, in die Schale. Wie drücke ich mich denn aus? Wie trete ich denn nach außen auf? Wie ist denn meine Stimme? Wie spreche ich? Wie ist meine Mimik, meine Gestik? Wie ist meine Sprechweise, meine Betonung? Also nimm auch deinen Ausdruck und deine Kommunikation wahr, weil du darüber ja das nach außen zeigst und zum Ausdruck bringen kannst. Je besser du dir deiner selbst bewusst bist, je besser du weißt, wer du bist, wie du etwas machst, wie du dich ausdrückst, desto ein höheres Selbstbewusstsein hast du. Der zweite Aspekt des Selbstbewusstseins ist ja deine Selbstwertschätzung, dein Selbstvertrauen. Darüber haben wir im ersten Schritt schon gesprochen. Das heißt, du erkennst erst mal, wer du bist, was deine Gedanken sind, deine Gefühle sind, wie du kommunizierst, wie deine Stimme ist. Dann kommst du in dieses Gefühl, der, oh, ich finde das toll, ich finde das großartig, in diese Selbstwertschätzung wieder rein und dann nimmst du all das mal ganz bewusst wahr und eben auch deinen kommunikativen Ausdruck. und zu einer guten Einschätzung von sich selbst gehört für mich nicht nur, dass wir sagen, oh, das kann ich super und das kann ich super und das kann ich super, sondern dazu gehört wirklich eine sehr klare und realistische Einschätzung deiner selbst, dass du genau weißt, das kannst du besonders gut, darin bist du stark, das motiviert dich, das, da ist deine Leidenschaft drin und das sind Themen, die interessieren dich nicht so, darin bist du nicht so gut, da liegt nicht deine Kompetenz drin. Also so im dritten Schritt zählt für mich eine gute Selbstwahrnehmung und eine gute Selbsteinschätzung über dich und deine Kompetenz. Wenn du dich und deine Kompetenz sehr gut selbst einschätzen kannst und für dich bewerten kannst, dann wirst du deinen Wert auch sehr gut definieren können in beispielsweise deinen Preisen. Dann wirst du dich nicht unter Wert verkaufen, weil du genau weißt, was du kannst, was deine Kompetenz ist, worin du richtig, richtig gut bist und gleichzeitig weißt du auch, wo nicht deine Kompetenz drin liegt, also wo die Grenzen deines Wissensgebietes liegt oder wo die Grenzen deiner Kompetenz sind und was du lieber anderen Menschen überlässt. Also du kannst ganz klar einschätzen, darin bin ich richtig gut, das sind meine Angebote, das ist mein Kompetenzbereich und hier endet er und das sind dann Kompetenzen, die ich nicht so habe, die andere Menschen haben. Das heißt, du hast eine gute Einschätzung für das, was du anbieten kannst, woraus sich auch deine Preise entwickeln und was eben nicht in deinem Angebot drin ist. Und dann kommst du nicht mehr so sehr in dieses Zweifeln, oh, bin ich wirklich kompetent genug, brauche ich nicht noch einen Abschluss, brauche ich nicht noch ein Zertifikat oder was auch immer, weil du das ganz klar dir vor Augen geführt hast, weil du eine hohe innere Klarheit über deine Kompetenzen und Fähigkeiten in dem Moment hast und deine Angebote und Preise auf Basis genau dieser Einschätzung machst. Und dann kommst du nicht mehr so leicht ins Zweifeln, weil du genau weißt, nein, ich weiß, das ist meine Kompetenz und ich weiß, darin bin ich richtig, richtig gut und ich weiß, darin habe ich auch schon viel Berufserfahrung und ich weiß, darin habe ich nicht so viel Berufserfahrung und ich weiß, daran bin ich nicht so gut. Nur das ist ja gar nicht in meinem Angebot drin und das ist auch gar nicht so mit in meinem Preis drin, sondern der Preis gilt ja für dieses Angebot und für das, was ich wirklich gut kann. Du darfst wirklich deinen Wert erkennen. Du darfst wirklich deinen Wert erleben und du darfst diesen Wert vor allem dann auch zum Ausdruck bringen. Denn es nutzt dir nichts, wenn du das erkennst, wenn du es fühlst und erlebst und es gleichzeitig nicht schaffst, es mit deinem Auftreten und mit deiner Wirkung und deinem Kommunikationsverhalten wirklich rüber zu bringen. Denn dann kann es sein, dass du deinen Wert erkennst, aber andere tun es nicht. Also, dass du dich gar nicht mehr bewusst unter Wert verkaufst, nur die andere, die anderen, die können das nicht sehen, die können das nicht erkennen, weil es nicht sichtbar wird. All das, all das, also, dass du dich kennst, dass du deinen Wert kennst, dass du dich schätzt, wie du bist, dass du dir deiner selbst sehr bewusst bist, all das muss ja sichtbar werden. Das wissen andere ja nicht. Andere können ja nicht wissen, schätzt du dich? Schätzt du dich nicht? Bist du kompetent? Bist du nicht kompetent? Hast du ein hohes Selbstbewusstsein oder hast du ein niedriges Selbstbewusstsein? Das kann ja keiner wissen. Keiner kann in dich reindenken, reinzoomen. Das kannst du nur sichtbar und erkennbar für andere Menschen machen, indem du dich ausdruckst, indem du kommunizierst. Und je nachdem, wie du dann dich ausdrückst und je nachdem, wie du kommunizierst, kannst du etwas ganz anderes senden. Du kannst diese Selbstwertschätzung, wenn du sie hast, senden. Du kannst sie gleichzeitig auch nicht senden, obwohl du sie hast. Du kannst deine Kompetenz ausdrücken, dass andere erkennen, wow, die ist richtig gut in diesem Bereich, in diesem Thema. Du kannst gleichzeitig, obwohl du kompetent bist, inkompetent wirken oder nicht so kompetent wirken, wie du bist. Also befass dich bitte unbedingt auch mit deinem Ausdruck, denn dieser Ausdruck ist essentiell dafür, wie andere Menschen dich wahrnehmen und ob andere Menschen das dann auch tatsächlich erkennen. klar, und das möchte ich an dieser Stelle wirklich unbedingt noch sagen, du hast das immer nur zum Teil in der Hand. Du kannst nicht wirklich zu 100% sagen, ich möchte jetzt von diesen Menschen genau so wahrgenommen werden. Das geht nicht. Jeder Mensch wird dich ein bisschen anders wahrnehmen, denn jeder Mensch betrachtet dich wiederum aus seiner eigenen Perspektive, aus seiner eigenen Brille, aus seinen eigenen, also mit seiner eigenen Persönlichkeit, die geprägt ist dann wiederum von Glaubenssätzen und, und, und. Was du in der Hand hast, das ist halt dein Anteil. Das ist der Anteil, der sendet. Das ist dein Part. Das Empfangen hast du nicht in der Hand. Doch du kannst das Empfangen, also das, was andere von dir empfangen, das, was andere wahrnehmen, das, was andere von dir erkennen, kannst du durch dein Senden, durch deine Ausstrahlung, durch dein Auftreten, durch deinen Ausdruck mitbestimmen. Und diesen Teil, den würde ich auch mitbestimmen. Und zwar maximal. Maximal. Denn je mehr du ihn mitgestaltest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch genau das von anderen wahrgenommen und erkannt wird. Also vergiss diesen Teil des Ausdrucks nicht. Das ist schön und gut, wenn du das weißt, wer du bist, wenn du dich schätzt, wie du bist, wenn du deinen Wert erkennst, wenn du einen Preis für dich gefunden hast und deine Angebote, wo du sagst, der ist, ja, der ist perfekt. Wenn es dir nicht gelingt, das auch zum Ausdruck zu bringen, dass andere wirklich merken, ja, dieser Preis ist perfekt für genau dieses Angebot und das Angebot ist wertvoll und, ja, ich erkenne diesen Wert, dann nutzt dir das überhaupt nichts. Also setz wirklich an diesen Punkten an, du erkennst es, du erlebst es und du drückst es dann auch wirklich aus. Und wenn du magst, dann habe ich da was für dich und zwar, zum einen gibt es schon ein Hörbuch, ein Hörbuch für 0 Euro, wo du da nochmal tiefer in das Thema eintauchen kannst. Also wie gelingt es dir wirklich, deinen Kern, deine Einzigartigkeit zu erkennen, deinen Wert zu erkennen und was braucht es, um das dann zum Ausdruck zu bringen. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann gibt es im Herbst ein Gruppencoaching-Programm, den Sichtbarkeitskurs und da wirst du genau dahin geführt. Das heißt, du kommst dahin, dass du all das für dich erkennst und dass du deine Kompetenz für dein Thema zum Ausdruck bringst, dass du deine eigene Persönlichkeit sichtbar machst für andere Menschen. Dass du wirklich dann auch klar, authentisch und selbstbewusst kommunizierst, um von den richtigen Menschen, darum geht es ja, es geht immer um die richtigen Menschen, die du magnetisch anziehst, dass du von denen wirklich auch als Expertin für dein Thema wahrgenommen wirst und dass du diese Menschen eben mit deiner Persönlichkeit begeisterst. Darum geht es. Du findest den Link unten in den Shownotes, du findest beide Links unten in den Shownotes, sowohl für das Hörbuch als auch für den Sichtbarkeitskurs. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Wochenstart. Ich freue mich, dass du wieder reingehört hast in meinen Podcast. Und ja, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Mach's gut. Deine Sabrina. 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 Vielen Dank.